Hier haben wir die Danke Batterie von Röder, haben wir auch vor zwei Tagen ausgepackt und das ist die Batterie zum Jubiläum, auch ein super schönes Ding, übrigens hat die 8,95 gekostet und nicht wie vor zwei Tagen genannt, der Preis, den ich gerade auch nicht mehr weiß, auf jeden Fall war das der alte Preis von vor zwei Jahren, Multi-Effekt-Batterie, 16 Schuss, Kaliber 25 und ist ein schönes Ding, für den Preis geht die richtig richtig ab. Sollte Vielen Dank.